Willkommen zum Tutorial zu Empfehlungsdiensten, Relevance-Ranking und Alerts. Sie fangen gerade an, sich um Sekundärliteratur zu den Harry-Potter-Büchern zu kümmern. Und dieses Buch wurde Ihnen als Einstieg empfohlen. Gleich beim gefundenen Titel zeigt Primo Ihnen einige Empfehlungen an. Natürlich kann die Primo-Suchmaschine nicht wissen, was genau Sie noch suchen. Aber in Primo integriert ist der Empfehlungsdienst BibTipp, den die UB für Sie abonniert hat. BibTipp zeigt Ihnen an, was andere, die dieses Buch angeklickt haben, ebenfalls spannend fanden und auch angeklickt haben. Schwarmintelligenz sozusagen. Die Empfehlungen von BibTipp zeigen Ihnen Bücher, die im Bestand der FU-Bibliotheken sind, die Sie also gleich ausleihen oder lesen können. Häufig bekommen Sie auf diese Weise gute Titel präsentiert. Einen ähnlichen Dienst, BX genannt, gibt es für Artikel. Hier wird das Such- und Findeverhalten von Primo-Usern weltweit analysiert. Deswegen liegt der Schwerpunkt auf englischsprachigen Zeitschriftenaufsätzen. Auch hier wird nur gezeigt, worauf die Freie Universität Berlin Volltextzugriff hat. Empfehlungsdienste sind nette Zusatzinformationen. Sie ersetzen jedoch nicht eine wohlüberlegte Recherchestrategie. Wenn Sie eine Suchanfrage im Bibliotheksportal Primo starten, bekommen Sie meist sehr viele Treffer. Häufig zeigt Primo bei der Sortierung nach Relevanz schon ganz nützliche Treffer auf den ersten Seiten an. Die Relevanz wird von der Suchmaschine intern berechnet. Im Prinzip ist das dem ähnlich, was Suchdienste wie Google auch machen. Allerdings ohne Primo-Nutzende dabei auszuspähen. Aber das nur nebenbei. Gerade in diesem Beispiel eine Einwortsuche hat die Suchmaschine von Primo aber keine Chance, gute Treffer anzuzeigen. Die Suche ist zu allgemein. Welcher Aspekt im Zusammenhang mit Obamacare interessiert Sie? Politisches oder medizinisches? Eigentlich sollten Sie die Suchanfrage präzisieren. Für Aufsätze gibt es in Primo die Möglichkeit, die Relevanz zu personalisieren. Das heißt, Sie können das Ranking beeinflussen, indem Sie eine oder mehrere Fachrichtungen vorgeben. Primo wird dann Aufsätze aus Zeitschriften der gewählten Fachrichtungen bevorzugt anzeigen. So können Sie passende Ergebnisse zuerst angezeigt bekommen. Die Einstellung bleibt erhalten, wenn Sie in Primo angemeldet sind. Die Einstellung Neues Material bevorzugen funktioniert zurzeit nicht und der Fehler ist an den Softwareanbieter gemeldet. Die Anmeldung in Primo ist ebenfalls dann notwendig, wenn Sie sogenannte Alerts nutzen möchten. Warum nicht die Software von Primo oder von Verlegern und Datenbankanbietern für sich arbeiten lassen? Alerts oder Benachrichtigungsdienste können Sie per E-Mail benachrichtigen, wenn es Neues gibt. Nach der Anmeldung in Primo können Sie Suchanfragen speichern. Gespeicherte suchen können Sie dann immer wieder ausführen, um neue Titel zu finden. Der Datenbestand in Primo wird ja ständig aktualisiert. Durch neu erworbene Bücher und E-Books, aber auch über neue Quellen im Index Artikel Plus. Dabei muss es sich nicht unbedingt um Datensätze aus dem laufenden Jahr handeln. Wenn Sie eine gespeicherte Suche erneut durchführen, kann die Sortierung Neues zuerst hilfreich sein. Sie können für jede Suchanfrage einen sogenannten Alert einrichten. Das heißt, Primo schickt automatisch Benachrichtigungen über neue Suchergebnisse per E-Mail. Leider sind wir mit der Alert-Funktion nicht ganz zufrieden, denn es werden Treffer mehrmals versandt. Und wenn beispielsweise eine Quelle des 19. Jahrhunderts neu in den Primo-Index Artikel Plus aufgenommen wird, kann es sein, dass Titel von 1820 per E-Mail bei Ihnen ankommen. Das ist eine Folge des heterogenen Inhalts. Neue Quellen, alte Quellen, viele verschiedene Fachrichtungen. Deswegen sollten Sie sich einmal anschauen, welche Möglichkeiten es außerdem noch gibt. Die Option, sich über neue Inhalte informieren zu lassen, bieten nämlich auch viele Fachdatenbanken und Fachzeitschriften. Wie zum Beispiel Psyc-Info. Und diese Zeitschrift, die vom Verlag Wiley angeboten wird. Dabei sollten Sie beachten, dass in der Regel eine Registrierung auf der Plattform erforderlich ist. Auch über Neuerwerbungen der FU-Bibliotheken kann man sich informieren. Nutzen Sie dafür die Neuerwerbungslisten, die Sie von Primos Startseite aus erreichen. Entscheiden Sie sich für eine Bibliothek oder eine Fachrichtung und lassen Sie sich die Neuerwerbungen der letzten 14 Tage anzeigen. Das war der Überblick über Empfehlungsdienste, Relevance Ranking und Alerts. Vielen Dank für Ihr Interesse! Vielen Dank für's Zuschauen!